In Garsching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Willkommen zum VfR TV, ich darf begrüßen unseren Kapitän Dennis Niebuhr, hallo Dennis. Das ist Martin. Dennis 0-0, wieder mal ein Unentschieden in Augsburg, was sagst du? Ja, ein gerechtes Unentschieden, also wir haben alles versucht heute drei Punkte zu holen, haben ein paar gute Chancen gehabt, letzten Endes war das 0-0 aber gerecht, weil Augsburg auch ein paar Chancen hatte. Jetzt haben wir wieder einen Punkt mehr in der Tabelle, wie nah sind wir am Klassenerhalt? Ganz nah, jetzt gewinkt am Donnerstag ein richtig großer Kracher in Schaldingen, da wollen wir auch nicht verlieren. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus und da werden wir nochmal alles raushauen und am besten drei Punkte entführen. Jetzt ist das Spiel ja vorbei, du hast auch schon ein bisschen mit den Jungs geredet, wie hast du die Situation gesehen in der ersten Halbzeit, wo leider der Augsburger sich verletzt hat? Ja, sehr unglücklich, der Markus legt sich den Ball weit vor, der kommt gerade noch so mit der Fußspitze hin, Markus zieht voll durch, irgendwie knickt er blöd um, jetzt habe ich die Situation auch nicht so ganz überblicken können, aber auf diesem Wege halt gute Besserung, hat auf den ersten Blick nicht so schlimm ausgesehen, aber wenn der Sanker kommt, ist dann doch kein gutes Zeichen und auf diesem Wege einfach gute Besserung. Eine Frage noch, dadurch hat sich das Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen verlängert, hat euch das aus dem Rhythmus gebracht oder war es total egal? Ja, es ist schon ungewöhnlich, wenn man dann 20 Minuten länger warten muss, der Rhythmus ist dann ein bisschen weg gewesen, aber wir sind doch relativ gut wieder in die zweite Halbzeit reingekommen, haben auch gleich versucht, Druck zu machen, haben zwar weniger Spielanteile gehabt, aber sind immer wieder gefährlich vor das Tor gekommen und deswegen sind wir total zufrieden mit dem Punkt heute. Wunderbar, dann kannst du jetzt zufrieden in die Kabine gehen, ich suche jetzt den Coach, mal gucken, was der sagt. Danke dir aber erstmal. Jetzt bei uns unser Coach Daniel Weber, Daniel, schön, dass du Zeit hast, hallo. Kapo war eben gerade bei uns, hat ein bisschen was zum Spiel gesagt, wie hast du das Spiel aber gesehen? Ja, super, also das 0 zu 0, glaube ich, hoch verdient. Ja, ein bisschen schade ist, dass ein Spieler halt verletzt ins Krankenhaus muss. Von unserer Seite, von aller Seite aus gute Besserung von uns. Ja, war keine böse Aktion, war sogar der Ball und noch kein Gegenspieler. Also, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist bei dem Spieler, sondern es ist unser erster Schmerz. Ja, zum Spiel kann ich einfach sagen, wir haben, glaube ich, heute mal was anderes probiert. Du hast uns sehr überrascht. Ja, manchmal muss man auch das tun. Nein, wir haben einfach in den englischen Wochen, muss man einfach sagen, da muss man den einen oder anderen auch mal schonen. Und heute haben wir taktisch halt super agiert gegen den Gegner, haben das top gemacht. Auch die Spieler, die länger nicht so viel gespielt haben. Und dementsprechend müssen wir da großes Lob an die Jungs aussprechen. Die haben halt einfach kaum Chancen zugelassen und das gegen eine der talentiertesten Offensiven in der Liga mit wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Und da haben wir alle ganz gut aus dem Spiel genommen und haben sogar noch schlepper Chancen produzieren können nach vorne. Mit viel Druck, auch mal mit hohem Anlaufen und ja, das hat Spaß gemacht zuzuschauen heute. Kann ja sein, dass der FC Augsburg einer unserer klassischen Gegner ist, wo wir uns jedes Mal drauf freuen, weil die Spiele sind ja immer spektakulär, sage ich mal. Sie gehen rauf und runter, es gibt Rüben, jeder hat die Chance, sage ich mal, zu führen. Wie sehr freust du dich immer auf solche Spiele? Ach, gegen Zweiermannschaften zu spielen, ist immer toll. Die haben taktisch eine Überlegung, machen ganz klaren, wenn du keinen Auftrag hast, den du auch einigermaßen gut lesen kannst. Dementsprechend versuchen wir da natürlich unser Gegenkonzept zu haben und versuchen uns aber nicht außer Acht zu lassen. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir da sehr, sehr lernfähig sind und das halt mit wenig Einheiten auch noch dazu. Also muss man auch sagen, also jetzt waren es gerade mal zwei Einheiten auf das Spiel zum Mittwoch und das machen wir dann halt richtig gut. Das hast du recht, richtig gut. Es war fantastisch wieder, muss ich nur sagen. Letzte Woche habe ich dich was gefragt, da hast du gesagt, du bist kein Hellseher. Ich frage dich aber trotzdem, wie nah sind wir jetzt am Klassenhalt dran? Ich muss mir die anderen Ergebnisse angucken, die sind aber erst in einer Stunde da. Wenn du das vergleichst mit vor zwei Jahren? Ja, natürlich. Wir haben einen Vereinsrekord eingestellt, was die Liga angeht, die Punkte angeht. Wir haben heute wieder gepunktet gegen eine starke Mannschaft. Natürlich sind wir dem sehr, sehr nah. Ich glaube, dass es vor dem Spiel, habe ich geglaubt, dass es noch um einen Sieg geht. Und jetzt glaube ich genauso, dass es weiterhin um ein, zwei Punkte geht. 39 glaube ich nicht, dass die Mannschaften von unten alle bekommen. Oder vor allen Dingen die letzten drei. Der letzte ist natürlich mit Hof weit weg, aber die drei Platzierten davor glaube ich nicht, dass sie alle 39 Punkte kriegen. Deswegen war das immer so ein bisschen das Ziel der letzten Wochen, wie schnell es möglich zu bekommen. Aber auf Unentschieden spielen kann man nicht. Deswegen holen wir jetzt immer noch einen Sieg und dann haben wir mal 40 und dann ist es auch super. Gut, dann wollen wir hoffen, dass es klappt in Schalding. Aber Schalding wird natürlich eine schwere Sache, gerade auswärts vor einer sehr großen Kulisse. Wie gehen wir es an? Ja, man muss halt abwarten. Wir haben heute ihr Spiel gegen Rosenheim. Da muss man gucken, wie das endet. Und wenn sie da ein bisschen was holen und wenn sie nur einen Punkt holen, dann wird es ein volles Haus sein. Ich glaube, sie wollen vor allen Dingen auch um den Klassen halt spielen. Das heißt auch um die Relegation. Also ich glaube, dass sie ihnen auch schon mittlerweile recht haben. Hauptsache haben sie keinen Direktabstieg. Und ich war am Dienstag da. Also es ist eine tolle Kulisse. Super, super enger Platz. Viele Zuschauer. Das sind Highlights für die Jungs. Ich meine, vor der Zuschauerzahl haben wir schon öfters gespielt. Aber in so weitläufigen Stadien wie unserem oder in Schweinfurt, wo 13, 1400 waren, ist es immer was anderes, als wenn die alle direkt am Platz stehen. Und da freue ich mich riesig drauf. Da hast du recht, da freuen wir uns auch riesig drauf. Ich hoffe, dass wir nächste Woche vielleicht dann die Kugel wieder rausholen können und dann ein bisschen Klarheit drin haben. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und würden uns natürlich freuen. Denken Sie dran, Ostermontag Heimspiel, 13 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen. Schweinfurt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.